Musik Seinio! 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 Sieg magda, magda! Seinio! Es wäre in das... Seinio! Sein-Gan! Aaaa, wenn du das? Wir sind zwei zwölf Städtchen und wir kehren keinen Spaß, verkaufen unsere Mütter für ein halbwegs guten Schein. Ab heute werden die Stars gegeben, die laufen niemals auf. Lasst Dekas und Schwelle, hier in unser Lebenslauf und liebe Freunde, wir fragen euch, was geht nur noch bergauf? Dank euch der Fans und wer ist ein Lichtgelauf? Die Weitwurstblüten, sie betragen den Zug, zeig dir dein Gerücht schlecht gut aus. Wir machen das alles nur für euch. Wir machen das, weil ihr es so wollt. Wir machen das, weil wir hoffen, weil wir hoffen, und das ist ja das Thema des Abends, weil wir hoffen, dass ihr da unten drauf seid. Ja, der Klaus und ich haben jahrelang komplizierte intellektuelle Programme gemacht. Wir wurden für etliche Kleinkunftspreise nominiert, Bundeswahl, alle möglichen Bühnen gespielt. Ja, aber gewonnen haben wir niemals. Ja, dann haben wir jetzt irgendwann mal gefragt oder nicht, dass wir gemerkt haben, hier sind nur die intellektuellen Botenzitten dazwischen. Und so was sie tun. Und Klaus und ich haben vielleicht gesagt, wir können noch an. Ja, man muss sein Publikum da abholen, wo es ist. Und dann hat er gesagt, ein Freund von mir mal, wir wollen uns nicht dem anderen schminken.